Los, Apparat. Verwünschen, der Käpt'n erforderlich. Steck mal drauf, das Ding. Da hat sie sich gerippt. Der möchte lieber Frauenhände, hat er gesagt. Okay. Sie sollen Kopf irgendwo draufstecken. Er hat direkt die ganze Hand drin, einfach. Ich will. Übrigens, die Frauen von damals sahen genauso aus, wie ich jetzt heute. By the way. Und Julia sieht heute auch noch so aus. Ja, klar. Wenn ihr Julia live sehen wollt, gebt einfach mal Ausrufezeichen Mulde in den Chat ein, Leute. Dann könnt ihr so eine Frau sehen.